Das ist voll toll dieser der der Boss-Mode den ich da habe, der zeigt die Zeit an, hier die Prozent von Bausteinen. Ich habe dann überhaupt nicht mehr in Range. Jo Jo Jo. Passt, ich habe alle in Range. Ja, voll toll, da gell. Ja, 70 geht es so ganz. Geht los, geht los, geht los, geht los. Anselot ist schon vor 2 Jahren gehabt. Das glaube ich dir nicht. Ich hätte auch vielleicht nicht genommen, aber so eine Prozentanzeige ist nicht so verrückt. Ja, wenn der Prozentanzeige... Einfach nur ne Prozentanzeige und nur vom Boss, nichts anderem. Ja, das hatte ich vor zwei Jahren. Wie? Wie hieß das? Ähm, ich hatte mir Bars gemacht, mit den Bars, die du gut hast, und da kann man sich einfach ne Bossbar reinlaufen. Beziehungsweise ne Bars oder ne Target oder ne Target oder ne Target. Das Target, siehst du, der macht das automatisch. Wenn der Boss aus mehreren Bossen besteht, wie z.B. so ein Council oder so, dann zeigt er die alle auf. Wenn der Boss aus wichtig... Ja, aber da musst du nichts machen, das ist automatisch. Sonst vergisst man das sowieso immer. Und auch die Zeit, die Uhr, das ist total spitze. Ach, quickel, quackel. Da sieht man schon, warum du den Boss noch nicht da hast, warum du noch nicht mal bei dem Boss stehst. Weil ich keine Uhr habe. Da fängt schon mal an, weil deiner Meinung nach die Zeit auch irrelevante Konstanze. Oh shit. Du bist relativ bescheuert. Ihr könnt lean Boss hier natürlich kein Geschick hässchen. Der bin schon mal heruntergefallen. All Oo! Du ziehst mir das Headset derpowder. Bulmmt durche Überslausel. Die Uhr ist total toll, für, für dein Nachfüll, wie die anschauen. Spitze. Du bist bescheuert, weil man weiß, dass zum Beispiel nach 5 Minuten was Fixes passiert, oder bei so und so 15 Minuten hat man es immer im Blick, man muss da nichts annehmen, zum Beispiel ein M-Rage hier nach 15. Die Valkyren kommen und schnappen sich irgendjemand, und wenn du am Rand stehst, muss ein erster Hals stehen, damit die Fall stehen am Rand platziert wird, da er es zum Beispiel, weg von ihm, guck, der Blick das geht hin, so und dann schnell zusammen wegen den Valkyren, hat er nicht, hätte geblieben, dann müsste er es ja auf den Handschuh haben, hat er nicht, dann hat er auch das Rote, Die Fall kommt jetzt, Achtung, weg! Die Valkyren ko um beim Sitz sos m-Rage, haben sich immer zugelassen, selbstverständlich Commission starte ab und in meinem Passat anphase ermöglicht. Die Valkyren müssen jetzt, Achtung, weg von einem Nutzung einenwert valves,ado pub, zurück zu einem, der war es toll, hat er auch von ihm, guck, der es bleibt, was auf ihn, Director ist im Raum. zehn sekunden ist die phase ja vorbei dann kommen wir wieder in die mitte dann kommt das was den heroik mode ausmacht was es im non heroic nicht gibt aber nicht unbedingt schwer noch nicht mehr ich habe links Warte? Warte, ja. Wieder in die Ecke warten, bis das explodiert ist. Naja. Nicht vorrennen. Ecke. Warte, das wird... Mitte, 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 Mitte. Von den Wicked Souls. Bam, 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 bam. Warte, das ist der Porn. Wer die am Rand gibt, nehmen wir es gegangen. Da guck, wie groß die denn werden. Der Bischke ist bei 400%. Oh, er wird voll gut. NP, die sind Frauenbinder. Habe ich auch gedacht, mit meinem...